Ok, ich muss dich einladen. Ich wollte gleich noch Dessidia ausprobieren, also die zwei neuen Charaktere, die ich da Ah, nice. Ah, das sollte ich vielleicht auch tun, eine Sache wechseln. Denn das Aufladen, dieses Göttliche, das dauert einfach mir viel zu lange. Das andere ist schon etwas schneller, aber selbst 10 Balken dauert schon trotzdem lang. Und ich verbrauche immer so viel und so schnell. Und schon allein durch die Verwandlung verlege ich einfach nur permanent Key. Sie schwächt mich mehr, als dass sie nützlich ist. Ich habe mich das Gefühl, stärker zu sein. Du hast bei dir keine Key-Ladung drin. Ich finde sowas sehr wichtig. Kann man ordentlich reinhauen. Ich habe eine Idee. Ist das so laut oder geht's? Ich habe mich auf das Ich habe mich überrascht. Du kannst doch immer wiederer Roller sein. Du kannst du bist bei dir. Du kannst doch dann auch noch die Verwandlung. Und da muss ich jetzt als etwas biscuits sein. Der weitest du dich zum Beispiel? Ich bin ein Begeita, aber ich bin ein Super-Begeita. Ich bin ein Begeita, aber ich bin ein Begeita. Ich bin ein Begeita, aber ich bin ein Begeita. Der packt bei mir rum! Ich bin auf der Arbeit! So bei mir ist es okay. 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 Geh down, jawoll! Bei mir gibt es auf jeden Fall geballte Projection. Das ist ein Super Saiyajin 4. Wenn ihr euch nicht möchtet, dann kommt ihr euch. Ich bin immer noch nie mit euch. Ich bin immer noch nie mit euch. Daimut macht hier schon wieder rum. Bist du fertig? Frisch das! Wauw! 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 Was jetzt? Was passiert? Was ist das? 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 medikation sein soll. wie wichtig das ist. also lass mich. ist das deine angst? aber keiner macht mit. da war der tanathos zu spät. okay philip ist das tight was? oh komm ich hätte ja noch nicht hier geschleudert ich glaube ich muss trotzdem noch mal medikation echt? dann habe ich nur darauf geachtet was? bin ich sicher schelte aber es geht ein Arm hear das ist hier ist es Das ist ein Problem. C18-Meter-Versuch! Warum treffe ich die nicht? Das ist doch beschiss! Was ist das? Was ist das? Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Lässt ihr mich mal medizieren? Lässt ihr mich? hollo so noch ein anderer ist schade Nein. Ok, er haut ab. Er hat genug. Aber da ist immer noch einer, ne? Das ist ja clever. Boah, meine Meditation ist weg. Oh, das tut mir. Oh, das tut mir. Oh, das tut mir. Ah, verdammt. 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 Ich mach mal wieder Musik an. Ah, verdammt. 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 Also ein paar Sachen vom neuen DLC auf jeden Fall. Und du endest nicht cool davon. Jetzt hörst du mal auf! Jetzt hörst du mal! Attacke! Ja! Uff! Das ist... Das ist mir schrecklich einfach nicht! Aber jetzt! Ja! 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 Nein! Wohin? Ja! 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 Aua! Dann halt man vorne! Ja! Ja! Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Haltet mir den Vergleich. Das ist ein Monster. Ja, ich habe nicht mal viel gemacht, außer mir verflügelassen. Alter. Das ist so übel. Ich wünschte, ich könnte meinen Pune-Round machen. Alter, dieser Kampf, ne? So. Easy, genau. Easy.